hallo leute ich hab mal wieder so eine zeit wo ich kreativ bin und deswegen wollte ich euch heute mal dieses spiel hier vorstellen naja es gibt ein kleines problem ich weiß nicht warum aber sobald ich aufnehme droppt die fps ohne grund auf elf da das spieler wird sich gerade so fps lastig ist kann nicht das auch so spielen also dieses spiel geht es darum dass ihr mit eurer karte rumfahrt und gegnerisch kann zu stellen was am anfang mal die lilan für die anderen das sind zivilisten wenn ihr die zerstört bekommt ihr da oben wie in der ecke gerade gesehen haben los score das heißt dass sie dann keine punkte in der zeit kriegt oder von der zeit lang nachdem mir die zerstört haben ich kann das natürlich überhaupt kein gutes gameplay entlegen weil ja alles leckt die hölle naja auf jeden fall ist das spiel echt spaßig und wenn es sich leckt kann man auch richtig weit kommen da kommen wenn sich nur diese liga an die gegner sondern das gehe richtig weit und die kommt dann auch wenn ihr längere zeit spielte neue welt und so ihr kriegt dann auch verschiedene attacken und alles auf jeden fall habe ich den download in der beschreibung das könnt ihr euch dann mal unterladen ausprobieren weiß ich wie weit ihr kommt und weil das spiel ist eigentlich richtig schlecht so ihr könnt dann auch gerne mal euren rekord wenn ihr das habt in die kommentare schreiben ja ich bin gespannt was euer rekord ist ich habe das spiel nicht mehr gespielt von daher der deshalb zum beispiel ein neuer gegner der mich gleich sofort getötet hat ja so geht es dann halt weiter auf jeden fall gibt es dann alle verschiedene möglichkeiten von gegnern zum beispiel gibt es dann auch helikopter und alles so ladet euch einfach mal runter hat nur ein paar mb probiert das aus zweck hier wie gerade gesehen hat gibt es dann auch für double kills und so war es extra bonus ist auf jeden fall sehr witzig und ich kann nur sagen probiert es aus schreibt in die kommentare was ihr davon haltet ja ihr wollt ich bin sehr gespannt auf eure meinen zu diesem spiel und ich werde es erst mal noch genießen was ich einmal noch mal sterbt am schüppelkirchen gelegt ich werde spiel es hier noch genießen was ich noch mal sterben und dann ja das war's damit wie gesagt nur dafür da um es euch zu präsentieren jetzt brauche ich hier schon als würde ich mal mal quatsch ja mal quatsch so jetzt gehe ich hier noch mal übelst ab das ist zwar jetzt eigentlich so gewollt und dann war ich tot also hat spaß mit dem spiel bis dann leute und dann war ich hier noch mal Vielen Dank.